Es geht ab, Leute suchen gerade kurdisch Kleider aus. Hier bin ich. Sieht man's? Ja. Hallo. Geld ausgeben, ja. Was machen wir? Was läuft? Nichts Besonderes, also wir sind hier in Kodisar. Das erste Mal in Berlin. Hallo. How are you? Bashi, ja, du. Sorry, Bashi. Hallo, Mann, du. Sehr seriöse Geschäftsmann. Hier ist Marwan. Der beste Karaman. Zeig mal Borat. Zeig mal Borat. Da ist Borat, Leute, aus Deutschland. Ein Haus gekostet. Wie war dein Film? Ey, war gut, ich hab's gar nicht gesehen. War gut aus eigentlich? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ich weiss nicht. Ich hab' mir so gesehen. Ich hab' mir so gesehen. Ich hab' mir so gesehen. Ich hab' mich... Ja, aber ich bin schon. Wow. Kennst du diese Strasse-Dings? Wie kostet dein Outfit? Mein Outfit? Ich sag euch jetzt. 2 Euro, 2 Euro, 2,50 Euro. 2,50 Euro, 2,50 Euro, 2,50 Euro. Hey, die Kamera ist gut, ne? Wie viel Euro? 7,50 Euro. 7,50 Euro. Sie leben ein bisschen locker, ich habe zu viel locker genommen. Diese Leben ist bei mir Freestyle. Achterbahn hoch runter. Das ist mein bester Freund. Mein bester Freund. So, tell Germany, was ist dein Job? Das ist Bad Bakhti. Bad Bakhti. Was heißt Bad Bakhti? Sie sagt, ich schütte. Beste Mann, Marwan. Beste Zängerin. Beste Person. Beste Kurdistan. Beste Kur... Beste Libyen. Beste Libyen. Die wollte Marokkaner sagen. Es geht ab, Leute. Wir drehen ein Video. Hier ist mein Bray. Hier bin ich. Hier ist Marwan. Wird schön. Das Ding ist, die verstehen nicht, was sie machen sollen, aber die werden es verstehen. Hier ist meine Schwester. In unserem YouTube-Video. Wir zeigen euch jetzt Kurzan. Hier ist ein Brief von uns. Der guckt uns gerade an. Weil, weißt du, der hat keinen Bock aufgenommen zu werden. Aber wir sind Kurzan. Wir brauchen hier keine Genehmigung. Wir sind Protokoll. Wir sind Protokoll. Wenn wir sagen Protokoll, dann machen wir alles auf dem Akhen. Guck mal, wo wir parken. Wir parken da bei Polizei. Ich zeig euch jetzt, wie die Männer hier Bilder machen, okay? Ich will euch das nur kurz demonstrieren. Ja, ja, warte, das ist sehr fest. Schon schön, ja? Fast so schön wie deine kildische Klamotte. Fast so schön wie deine libysche Haare. Fast so schön wie dein Gold auf deinen Stirn. Fast so schön wie diese Damarcha. Damarcha? Ja, Damarcha. Fast so schön wie mein Bray. Boah, riecht gut. Aber ich glaube, das passt. So sieht es gut aus, wenn ich mich jetzt so sehe. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Kamera aussieht. Es ist auch eine Kamera. Ja, aber diese Kamera sieht besser aus als eure. Eure ist mit voller Lichter und so. Das sind alle Kurdi. Wir sind hier. Da sind meine Brays. Zeig, meine Brays. Der lacht meine Bombe. Brays. Der Bray ist auch da? Mein Bray, der gibt mir 20.000, gell? Ja, korrekt. Der ist das jetzt. Oh mein Gott. Ich bin hier. Ich bin hier. Mein Bray ist voll. Leute, mein Bray ist voll. Ich kann dich mit ihr. Die Kurdis haben sich versammelt. Die denken sich, was macht die? Ist sie behindert? Hat sie einen Schaden? Die soll von hier weg. Aber ich bin einfach da geblieben. Oh Allah, tut mir leid, ja. Ja, Tag 3. Parkview. El Faté. El Faté, Favi. Parkview. Halt deine Fräse, mach die scheiß Kamera aus, wann habe ich dir gesagt, dass du mich filmen sollst oder was? Nein, Early, I can't see your crystal. Go ahead and tell me how they are. Faté ist so krass, krass prozent. Wallah, mein Video wird jetzt mehr als 10 Millionen Views machen. Und Wallah, Faté, auf mein Klotz. Du hast mein ganzes Geld genommen. Halt deine Fahd, Fahd, gegen Faté, gegen Spalten Solvents. Merwan einfach Job verloren. Assistenten, Assistenten. Die lernen. Die lernen. Die lernen. Die wollen nicht immer mal machen. Leute! Man, du hast einfach nur was passt, oder? Du kannst einfach nur ein bisschen Bilder machen, Digga. Was sagst du? Ich will halt dich. Nur gute Bilder machen, von guten Locations, die ... Weißt du so, es gibt Videografen, die will inside location zahlen. Er will nicht! Okay, perfekt. Einmal wieder. Schau dir in die Kamera. Nicht in die Kamera schauen. Komm schon. Er soll aber die Tür zumachen und wieder aufmachen. Okay, close die Tür. Dann öffnen wir. Okay. Wir haben die Rollen. Einmal! Einmal! Warum? Was? Es gibt so ... Ja, es hilft, es macht einfach ... Das ist ein Wack! Es ist ein Wack! Es ist kein Wack! Grazie a tutti.